Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Flash Game Gunblood Joa, was man in diesem Spiel machen muss Man will sich ein aus Man will sich hier voll den Gentleman Ne, okay, tsch, ich weiß jetzt gerade keinen Und, ja, was muss man machen Man muss Man muss ja einfach Ich muss jetzt mit meiner Maus auf das Magazin gehen Wenn die Zeit auch gelaufen ist, muss ich auf ihn ziehen und sofort schießen Das ist halt Was muss man halt machen Ja, okay Und so läuft das denn ab Nächster Runde Ich weiß jetzt nicht so gut Weil Ich mach mal gerade alles zurechtlegen hier Nehmen Warum Okay, ne, ne, ich so ne Oh, ich bin tot Restart Komm, den ersten schaffen wir Was? Willst du mich verarschen? Ich bin schlecht Okay Den hab ich umgelegt Nächster Oh, oh, oh Ho, ho, ho Donut, shot the assistant Okay Ja, okay Das hab ich gut gemeistert Jo Okay Der wird schon Der wird schon ja richtig heftig Dazu hilft nur M&Ms So Den Kopf will ich auch nicht mehr sehen Okay, okay, okay Ah Oh, mit zwei Schuss Oh, sorry, dass ich jetzt ging's Headset countdown, aber Sollte nicht schlimm sein Blödmann So Oh, das war knapp, ey 50% 50% Difficult Oh, ho, 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 ho Jetzt geht's aber rund hier Das ist irgendwie nicht schwer Ja Das war sehr schwer 60% Difficult Und da hab ich seinen Kopf abgemisst Schossen, ey Ho 70% Okay Okay, Leute Eine Runde mach ich noch Okay, der ist jetzt nicht mehr so schwer Finde ich Haha Schlecht Das Maul Du reizt Achro So, dein blöder Kopf ist jetzt auch ab Ich will Du warst eh hässlich Ups Ups Okay, komm Das war schaff ich's Siehst du Noch volles Leben hier Haha Okay Oh, 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 oh Oh, 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 oh Shoot the birds Shoot dich jetzt eher Blödmann Ich will keiner 7 von 9 Ich weiß nicht, ob ich das schaffe Auf jeden Fall, das ist die letzte Runde Die ich auf jeden Fall machen will Ah Oh, 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 den habe ich aber richtig weggeschossen, ey, okay, 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 ruhig Doppel-Kill, na okay, Leute, ähm, das war's von mir mit, hey, das P-P geht nicht, hier nämlich einfach Chris und Safe-Score, wer das toppen kann, der soll das als Videoabwirt machen und dann heißt das, auf jeden Fall, na okay, Leute, dann bis zum nächsten Flash-Game.